So, ich hatte es versprochen und ich setze es jetzt auch gleich in die Tat um. Wir spielen auf Seiten der Xeon und tun so, als hätten wir die Helena in der 13. ISDF-Mission befreit, ohne Bug, so wie wir es eigentlich mal vorhatten. Und wären ihr gefolgt und was dann passiert wäre, das schauen wir uns jetzt an. Keine Sorge, John. Sie haben sich richtig erschienen. Sie wurden trainiert, Befehle zu befolgen, genau wie ich. Aber tief in ihrem Inneren wissen sie, dass Braddock sie nun im Gehäld hat. Ich weiß, sie haben gerade schwere Schlachten gegen die Xeon zu überlegen, aber sie müssen mir glauben, wenn ich ihnen sage, dass sie eine friedliche Rasse sind. Alles, was sie wollen, ist das Beste für das Universum. Sie wollen nicht weiter als eine neue Heimat. Okay, sie ist eine friedliche Rasse, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. What the fuck? Los geht's. Ich konnte es kaum glauben, als ich die neue Helena zum ersten Mal sah. Sie war kein Mensch mehr. Die Xeons hatten sie als ihr Ehenbild neu modelliert, wobei sie eine Biometalltechnologie eingesetzt hatten, die Braddock selbst einst erprobt hatte, um eine Herrscherrasse zu erzeugen. Scheinbar waren die Xeons nur die neue, weiterentwickelte Generation der Black Dogs, die Rebellen wie Braddock während der Biometallkriege der 50er entkommen waren. Hier hatten sie sich in ihr eigenes Sonnensystem zurückgezogen und sich in die Kultur der Ketonier vertieft. Wow. Ich habe keinen Plan, was es ist und welches Gebäude für was und so weiter. Oh je. Schauen wir mal. Da stehen wir mit Oberzimt Zige Shabayev. Okay. Huh, huh. Springen können wir auch. Die Xeons gaben mir dasselbe Geschenk, das sie Jelena gaben, das man es in meinen menschlichen Wagen mit Biometall trinkt. Es ist unmöglich, das Gefühl zu beschreiben, das von meinem Kopf bis hin zu meinen Seen schoss. Es war, als hätten sie ein Fenster geöffnet. Es existenzig, wenn ich daran bewusst gewesen war. Ich wusste plötzlich hin, ich fühlte Dinge, konnte Dinge tun zu denen, die vorher nie fähig waren. Es war viel Furchterding, aber schief zugleich. Ein kleiner Teil von mir sehnte sich nach dem Simplen, wenn ich umlege, was mir einfach war. Yeah, dance, dance. Ja, wer wollte nicht schon immer mal von Biometallmasse übergossen werden? Ich nicht. Okay. Wow. Geil. Ein da. Wir sind neu in ihrem Kader, ich verstehe. Es hat auch gedauert, bis ich mich daran gewöhnen war, ein Fion zu sein. Ich habe eine andere Schwadron geschickt, um die Energien zur Zeit zu holen. Und bitte Sie, Herr, Sie zu exportieren und sich mit einem Fion-Einheit vertraut zu machen. Machen Sie diesen Stößpunkt wieder funktionswegen, während wir auch nahe nicht mit dem Kopf-Data warten. Okay. Synthese läuft. Synthese läuft. Fions benutzen die Energie anders als die Alte. Da ist ein Gäß, ja? Diesen Fion-Gebäude hat eine eigene Energielunge. Wenn eine Lunge zerstört, verlieren wir das Gebäude die Energie, anstelle des ganzen Stützpunktes. Sie können Lungen mit ihrer Konstruktionseinheit ersetzen. Doch, versuchen Sie das nicht. Befehlen Sie, in ihrer Konstruktionseinheit eine Lunge am Rennhof zu bauen. Sie legen die Option, Lungen in Zukunft zu spüren auf den Produktionsbedingungen. Wählen Sie dann die Drennung auf dem Willen. Also, die Fion haben keine Kraftwerke, sondern Lungen an ihren Gebäuden. Okay, gut zu wissen. Bild, nein. Ätlung, okay. Sechs. Bin unterwegs. Können wir uns schon leisten? Okay. Nee. Komm mal, weg da. Okay. Taste C Okay Jetzt haben wir langsamer Alter, ist das voll kompliziert Im Ankunftsmodus wird in den Kiegel entstellt und wir haben einen besseren Rattel, wird aber auch deutlich langsamer Archeider, bereiten wir uns auf die Eskorte vor Upgraden wir die Brennungen zu einer Schmiede und beginnen die Krieger und Wächter zu wachen Update Cosch 60, okay Morpheln wir uns mal zurück Schneller sind 8 Biometall Ja, jetzt geht das wieder los Das ist übrigens unsere Fabrik Und das ist übrigens unser Ich bin überfordert Ja, unsere Basis halt Oh, das werde ich auch noch So nicht, Freunde Hm, irgendwie strange Jetzt schieße ich meine eigenen Naja, das sind jetzt nicht mehr meine eigenen Mach mal das Update, schauen wir uns an Schriftpunkt wird angegriffen Oder auch nicht Oder auch nicht Oh, cool Wir haben Flügel gekriegt Oder so Okay, was geht noch Jetzt könnten wir mal einen Harvester bauen Vielleicht Also ein Scavenger Wie nenne ich dich? Weiß ich noch nicht Du darfst scavengen Vielleicht gibt's in die Richtung auch noch irgendwo einen Geist hier Eher nicht Hm Eher nicht So, was kann man denn bauen? Gar nix Ist ganz schön teuer Okay, morphen wir in den Kampfmodus Und dann Jetzt auf die Ommel Zurück morphen und heilen wir uns Ach, ist ja cool eigentlich Komm ich ja ohne Service-Pots klar Aber geysir-technisch habe ich wohl nichts Der ist lebensmüde Irgendwo ist ja noch einer Da Wir bauen mir mal einen Warrior Den hole ich mir doch gleich Lieber ein Panzer So, F3 Du bist doch ein Panzer, oder? Du bist doch ein Panzer, oder? Du bist doch ein Panzer, oder? Du bist doch mal her Nein, hol mich ab Ich nehm lieber dich Ich nehm lieber dich Ich nehm lieber dich Ich nehm lieber dich Okay Dann könnten wir mal ein Update machen Wenn unterwegs Lass mal kann Okay Läuft So, das Ding hier Und wie heißt denn Wie heißt denn bei euch der Abwehrtwurm Antenna? Antenna? Antenna hört sich gut an Wadoa könnte er auch sein, ne? Oh, du bist ja ein Gegner Aua Aua Leute Wo seid ihr? Jetzt echt Zeit für den Turm Da oben irgendwo Tja Das war's mit euch So, dann schauen wir mal Build Door 4 Wind unterwegs Sieht das aus wie ein Turm? Nö Das ist was anderes Okay, dann sparen wir grad noch bis 60 Das ist dabei mal weg Mein Help wird nicht geladen 4D Modus Ah, jetzt repariere ich Rüstung Okay Build Antenna Bin unterwegs Ah, wie sieht das aus? Auch das ist es nicht Stronghold 5? Oh, steht der 70 bei euch? Auch nicht? Ja, Mensch, was bauen wir denn jetzt? Ganz bei Ah, 75, okay Den setzen wir mal hier hin Gebäude wird gewahrt 75 Das ist ja furchtbar teuer Okay Aber dann haben wir gleich mal Ruhe hier So, was kann man denn Service Port Man kann doch Service Port Das läuft Das funktioniert Das funktioniert Die sehen lustigerweise genauso aus Kann man hier rein? Egal, dann schauen wir uns was anders an Dann bauen wir noch einen Service Port damit Das ich hier reparieren kann Oh Transformieren Oh Transformieren Schnelle Wir machen ein Update Dahinten Na 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 Lauf erstmal hier direkt So Update Fehlt noch ein bisschen was Irgendwie finde ich es cool Ha Fetter Turm Geil Bin unterwegs So, du wirst gebaut Scavenger scavenged Ach, heißt ja nicht scavenged Ah, der Harvester Harvest So So Über mein Service Port Komm mal raus hier So Synthese Abgeschlossen Au Okay Dann Gehen wir mal wieder in den schnellen Modus Na Los Machine Ähm Brauche ich Eigentlich brauche ich auch keinen Strom Wahrscheinlich deshalb so teuer Weil die direkt schießen können So Dann bauen wir jetzt Build 75 Ist es mal Bin unterwegs 75 ist mal echte Ansage Build Komm, einen hätte ich gern noch Na Vier So, komm schon Zwei Eins Bin unterwegs So, und den bauen wir Hier hin Gebäude wird gebaut Hier spricht Delta am Stützpunkt Wir haben den Lenin verstanden Wir sind auf dem Weg zum Trepppunkt Na klasse Hätte ich vielleicht mal Schiffe bauen sollen Hätte ich vielleicht mal Schiffe bauen sollen Boah John Jetzt sind Sie an der Reise Sie werden einfach Müll mehr daraus Vormitern Sie sich bei Naf 1 Lassen Sie mir auf jeden Fall freie Freie Einheiten hier Sie mir die Rampi-Side Nächliche Stützpunkte verleihen Das brauche ich jetzt nicht mehr Gebäude fertig Wenn unterwegs Wenn unterwegs Aber Fahrzeuge werden ist doch schon noch geil, ne? Wo ist denn da Naf 1? Wo ist denn da Naf 1? Wo ist denn da Naf 1? Da hinten Okay 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 Ein Warrior kostet 55 Dann nehmen wir immer noch einen mit, ne? Gibt wohl auch kein Biometall gerade Hm Ah, die hat ein Horner Mein Gott Was ist das alles? Das wird jetzt ein bisschen dauern So, Warrior Das heißt, du darfst mir Folgen Das wohl reicht mit zwei Panzerchen? Ich glaube nicht Sind Hesel abgeschlossen Bin unterwegs Geben Sie vor Okay, mitkommen Einen bauen wir noch Solange an dem Naf nichts passiert Der ist jetzt nicht so weit weg Vielleicht rechts ja noch einen So Hier Delta Ich bin an der Naf 1 Aber ich kann schon nichts sehen Okay Geben Sie vor Dann sollte ich mal los Geben Sie vor Okay Alles klar Ja, ja, alles cool, Mann Ja, ja, alles cool, Mann Ich schalte der Weih mal in den Kampfmodus Ich schalte der Weih mal in den Kampfmodus Und die schülpen wie der Scherber. Warte. Ah, ist der jetzt her? Okay. Das ist wieder zwei. Ich übergebe schon den Scherber, der in den Scherber. Bereit. Ja, dann komm. Dann, bleiben wir schneller zu NAV 2. Einander schicken Sie direkt von einem kleinen Tag. Zu NAV 2. Gehen Sie vor. Rynthese läuft. Alter, was habe ich jetzt gerade gebaut? Oh. Ach so. Hier bei F4. Okay. Okay, okay, okay. Baumordorf. Noch ein Warrior. Da vorne sehe ich Gegner, Leute. Ach so. Sie macht's schon. Synthese abgeschlossen. Nummer 1. 4. 7. Gehen Sie vor. Synthese läuft. Auch hier. Synthese abgeschlossen. Doch. 1. 2. 1. Ok, hier kriege ich jetzt aber gar nicht ganz schön. 1. 1. 1. 5. 4. 2. 1. Los herkommen. Wo wird hier eigentlich geschossen? Oh man, das sieht nicht gut aus. Die These läuft. Was hab ich gerade gesagt? High-end animierte Felsen krachten vor uns runter. Verdammt. Was war das? Wir haben die Route verloren. Eine Lawine. Die haben wir. Ach Gott, die Route wäre hier lang gegangen. Aber erst mal machen wir die Honks hier weg. So. Synthese abgeschlossen. Ihr könnt euch ja selber reparieren, ne? Oh, hab ich das richtig verstanden hab. Genauso wie meiner jetzt sich heilt. Okay, ich soll rausspringen. Guck mal, dann spring mal raus. Okay. Die Sonne. Hm. Da steht ein Fahrzeug. Es sieht wie ein Sion-Schiff aus. Aber diese Symbole, sie stammen nicht vom Kollektiv. Okay. Böse Xions. Schnell zurück. Ich weiß nicht, wer das war. Sagen Sie nur, dass ich nicht glaube, dass der Erdrutsch ein natürliches Phänomen war. Wir müssen diese Energiekristalle einen sicheren Ort schaffen, bevor sie zurückfallen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Schlepper und versuchen Sie eine alternative Route zum Treffpunkt zu finden. Ach nee. Synthese läuft. So. Hey, kannst du dich mal selber reparieren? Force Morp? Force... Synthese abgeschlossen. Bin unterwegs. Synthese läuft. Bin unterwegs. Fünf. 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 Drei. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir schnappen den Schlepper vor. Und sagen euch, wir gehen einfach hier lang. So wie ich es vor hatte. Okay. 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 Alles ruhig soweit. Windese läuft nicht. Ho. Los. Auf den Wecke. Schießt wie blöd. Okay. 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 Läuft. Dann können wir wieder einen nachholen. Ich bin unterwegs. Puh. Normieren. Weiter geht's. Stellen die hier einen schweren Panzer hin? Ich glaube ich spinnen. Okay. Hier gabelt sich der Weg. Theoretisch müssen wir nach rechts. Nichts. Wir gehen aber. Geradeaus. Hinten rum. Synthese läuft. Weil wir – Scarvenger verloren. Wer knallt mir hier eigentlich ganze Zeit mein Scarvenger? Synthese läuft. Synthese abgeschlossen. Ich bin unterwegs. Begrenzen Sie. Sagt die Stimme eigentlich Scavenger verloren? Das sind doch Harvester. Das ist ja voll der Fehler. Oder ist in der Übersetzung Scavenger, Sammler, Harvester? Bedeutung ist ja die gleiche. Naja. Mein Gott, bis der Schlepper mal nachkommt. Oh mein, noch ein paar Schiffe. Der hängt noch weit zurück. Synthese abgeschlossen. So, gehen Sie vor. So, meine Gruppe wird größer. Wo ist der Schlepper? Mein Gott. Okay, dann mal auf in den Kampf, würde ich sagen. Und zwar hier hin. Bin unterwegs. Sind das meine oder sind das böse? Sind das meine? Hallo. Irgendwo wird geschossen. Kannst du mir mal helfen, danke. Ein Schlepper schnell zum Naf schicken. Okay. Sie haben eine visuelle Peinbrauch John und den Schlepper und die Mannen fangen ja aufeinern. Sehr gute Arbeiter. Ich wusste, wie man in der Schale ist. Ich weiß. Ach, doch klar. Okay, und so sieht der Transporter von den Xion aus. Alles klar. Wow. Und damit haben wir die erste Mission für die Xion auch geschafft. Läuft doch bei uns. In diesem Sinne, bis gleich. In der Xion-Kampagne. Wir machen natürlich weiter. Ist doch logisch. Bis zum nächsten Mal.